Was ist gut? Ist das gut? Who is Bill Murray? Wir lösen auf. Die erste Etappe war von mir. Und ich habe mir etwas Fräches erlaubt. Mir ist vor allem darum gegangen, ob wirklich unser Publikum mit mir so zu schauen. Und ich habe viel mehr untergenommen, was ihr eigentlich seht. Und darum habe ich ganz bewusst gar nichts inszeniert. Nein! Ich würde es nicht machen. Doch. So mit von mir aus der Alles-Sieger. Wir haben gesagt, es geht um den Blick, nicht um... Olinja, einfach der Popcorn-Effekt. Ich kann auch nicht inszenieren. Okay, der Kritiker würde es sagen. Ähm, ja. Möchtest du nicht? Dominik? Ich habe nichts gemacht. Ja, es ist noch falsch. Es ist hinter der Liste, aber da kommt es mir nicht davon. Nichts ist inszeniert gewesen. Naja. Das heisst, alle haben gewonnen. Ich denke schon, ja. Ich frage, haben wir genug Preise? Haben wir genug Preise, Olivia? Ich versuche mit ihm als Jede gewöhnt zu können, Nein! Ich fange gut. Bye!